Herzlich Willkommen zurück zu Overload, dem besten und gleichzeitig einzigen Format hier auf der Plattform mit eurem Update rund um die Volleyball-Bundesliga. Heute unter anderem mit Erik Roers. Wir haben mit ihm gesprochen über das bittere Halbfinal aus der SVG aus Lüneburg. Generellen Fahrtsieg gezogen zu dieser Lüneburger Saison und dann natürlich auch den Ausblick gewagt auf Olympia, auf Paris 2024. Aber erstmal der Blick auf Spiel 4. Der VfB schlägt zurück auf eine eindrucksvolle Art und Weise und schlägt die Grizzlies mit 3 zu 0. Das dritte 3 zu 0 hintereinander, also Break 3 back. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es am Mittwoch bei Spiel 5 nochmal ein 3 zu 0 wird. Ich würde es mir irgendwie auch nicht wünschen, weil da soll schon nochmal so ein bisschen Spannung reinkommen. Es war aber irgendwie ein anderes 3 zu 0, finde ich, als die beiden davor, weil es war mehr Spannung drin. Gießen hat diesen zweiten Satz vor allem von vorne weggespielt, konnten es dann nicht über die Ziellinie bringen. Und zum Ende muss ich sagen, Frieshafen mit einer richtig guten Leistung durch die Bank, also auch bei der MVP-Wahl, wir konnten uns nicht entscheiden, wen wir da so richtig wählen. Die haben es sehr, sehr gut gemacht. Also schauen wir es uns an. Im XXL-Format gucken auf diesen Samstagabend. Der VfB ist zurück in der Serie. Jetzt erstmal Spiel 4. Jetzt erstmal Friedrichshafen gegen die Grizzlies. Und mit einem Tim Peter, der heute dran anknüpfen muss an die Leistung, die er in Spiel 2 erbracht hat. Und da war er nämlich der Unterschiedsspieler für eben diesen VfB. Und jetzt kommt der Macht den interessant. Wieder hat Breilin Wackler mit drin. Schwierige Situation für Goldrin. Ja, der ist kein Problem für Pekko. Zweite Chance. Boah, schwierige Situation für Ayi. Ja, wieder Pekovic, der früh in diesem Spiel viele gute Kontakte sammelt. Erster Highlight-Rally. Breilin spielt ihn richtig gut zu. Und wieder ist es Pekovic. Ja, der fällt gegen Breilin nicht. Trotzdem auch den kannst du besser anspielen. Ayi kriegt aber auch Müllsituationen jetzt. Boah! Und guckt dir die Reaktion von Nikola Pekovic an. Der hatte seine Aktien in den Ballwechsel drin. Der VfB blockt sich zur Führung. Verteidigt sich vor allem zur Führung. Pekovic, er gefällt mir heute wieder viel, viel besser. Weil du hast vor allem auch zu Recht ein bisschen mit ihm gemeckert in Spiel Nummer 3. Auch was die Attitude anging. Ja, und das ist doch heute genau der, den Frieshafen braucht. Wie Ayi und Baxfeder da wirklich genau gleich auf dem Boden sitzen. Na, Anwurf von Tim Peters. Besser. Eyeball-Situation für die Grizzlies. Wir lösen sie auf. Wird die Break-Möglichkeit geben. Ja, nehmen sie mit. Und packen das nächste Break hoch und drauf. Der VfB 3 vor in dieser Phase. Angeführt von einem starken Tim Peter von der Linie. Und zwingt damit dann auch Itamar Stein zur ersten Auszeit. Paname-Kontakte sehr gut. Batak verteilt. Perfekt hinten. Und den kannst du dann nicht besser spielen. 25, 21. Der VfB findet die Antwort auf die Klatsche vom vergangenen Mittwoch. Und spielt einen richtig guten ersten Satz. Also vor allem in der Annahme ist es überragend. Sie lassen überhaupt keine, sie haben noch keinen annahmen Fehler gemacht. Sie sind da super souverän. Auch alle nach vorne. Batak kann frei verteilen. Und Superlag macht auch ein richtig gutes Spiel. Perfekter Annahme-Kontakt gegen den Aufschlag von Jose Maso. Monta verzögert dann fast so ein bisschen. Tempo stimmt nicht so ganz. Der VfB hat gleich nochmal. Ein in die Blocke, eine dritte Chance. Den kauft Goldring keiner ab. Dann hat AI fast ein bisschen Glück mit der Netzkante. Auf wilde Rallye jetzt. Und dann sind das eben die 50-50-Bälle, die in dem Fall jetzt für die Gueslis fallen. Im ersten Satz noch. Auf Seiten des VfB. Aufgerechnet worden sind. Da war viel Wildes mit dabei. Ja. Ja und vor allem, die haben so viele Aufschläge mit Wirkung da drin. Also die Erststatistik liest sich gar nicht so gut. Aber es sind so viele, die ja für Probleme sorgen. Ahi wird wieder abgeräumt. Fehlende Sicherung von Rallye. Hinterkommt weiterhin nicht durch. Viel Spaß. Guter Blockkontakt. Picovic. Attack verteilt. Er darf nicht fallen. Lange Rallye. Er kommt nicht durch. Was macht Ahi? Trifft die Finger. Aber Picovic wartet hinten auf der langen Sechs. Und dann sind es die Grizzly-Brockhände, die diesen Satz mal... ...in eine andere Richtung shiften lassen. Jakob Günther. Ganz wichtig. Und spielt das auch so ein bisschen den Silencer. Alle wieder ruhig gemacht. Und die Grizzlies bleiben weiterhin das Break vor. Da waren viele Chancen mit dabei für den VfB. Der VfB ist dran. 23, 23. Und dann kriegen sie das Hass. Dann kriegen sie das Hass von Michael Superlack. Und plötzlich shiftet dieser zweite Satz, der die ganze Zeit in Grizzly-Hand war. Wie oft haben wir seinen Aufschlag in dieser Serie kritisiert. Und genau jetzt in Spiel 4, Satz 2, ist er auf einmal da. Der ist drin. Der fällt. Der ist drin. Was ist das für eine Flughurbe? Aber ist das wieder ein Hybrid-Aufschlag von Savon Salmi? Wie der fällt auf den letzten Meter. Und der ist... Es ist ein perfekter Aufschlag. Das kannst du keinem erzählen. Die Grizzlies spielen den gesamten Satz von vorne. Aber der VfB gewinnt dank Superlack-Ass und dank Savon Salmi-Ass. Doch noch mit 27, 25. Stellt auf 2 zu 0. Vielleicht kann er ja mal so ein bisschen Connection von Spiel 3 aufbauen mit J.I. Gute Annahme. Oh, passt. Timing stimmt nicht. Breakshaws ist da. Natürlich über J.I. Bringt den durch. Den müssen sie nutzen in der Phase. Zum 15, 15. Wieder viele Kleinigkeiten, die wirklich mitentscheidend sind. Weil die Challenge, wenn du sie gegen dich bekommst, dann ist der VfB eigentlich auch von davon. So bleiben die Grizzlies voll drin in der Verlosung. Ja, die können wieder ausgleichen. Wir haben in dem Fall ausgeglichen. Doch keine Challenge dagegen. Und die Falle wird das alles seine Richtigkeit haben. Und jetzt könnte es die Vorentscheidung geben. Chance wird da sein. Pickovic. Natürlich über Superlack. Bringt den durch. 19, 17. Und damit das Break-Four für den VfB. Für mich vielleicht die entscheidende Phase gerade. Und wir biegen ein. Auf die finale Phase. Gute Annahme. Auch der geht weiter. Oh, guter Pass. Und es ist Peter. Und der VfB macht einen Riesenschritt in Richtung Spiel 5. Ja. Ja, und wieder ist es Tim Peter. Der entscheidende Mann so ein bisschen. Auch das mit so viel Übersicht. Top Abschluss. Ah, Batak. Momentan. Es funktioniert wieder nicht so ganz. Der VfB ist da. Netzkante. Es ist direkt der Erste. Und damit sehen wir uns am kommenden Mittwoch wieder. Der VfB holt sich dieses Spiel 4 mit 3 zu 0. Auch eine beeindruckende Art und Weise. Absolut. Also diese Hefler-Mannschaft. Gegen nicht schlecht spielende Grizzlies. Das war kein Gießen wie ein Spiel 2. Aber gegen diese Hefler-Mannschaft war einfach kein Kraut gewachsen. In den entscheidenden Momenten immer wieder da gewesen. Also der perfekte Samstagabend für den VfB Friedrichshafen. Spiel gewonnen. Spiel 5 forciert. Tim Peter sich noch auf die 1 gesetzt. Was die Top 10 Highlights angeht. Besser kann es nicht laufen. Ja, das war ganz wichtig. Ich hatte mir den Platz extra noch freigelassen in der Top 10. Und Tim Peter ganz zum Ende vor allem hat er geliefert. Also ich hatte schon ein bisschen Angst, dass das nichts mehr wird. Aber richtig heftiger Hit. Richtig schön abgeklappt. Ja, es hat wie gesagt alles gepasst für den VfB. Aber du hast es schon in der Anmod erzählt. Es war ein anderes 3-0 wie in Spiel 2. Es war nicht ganz so diese deutliche Geschichte. Auch weil die Grizzlies mal den zweiten Satz gewinnen müssen. Sie führen 16-10. Und das haben wir schon. Also im Männer-Profi-Volleyball ist das eigentlich ein Ergebnis, was du über die Zeit bringst. Muss man so sagen. Und es war der erste Satz, der wirklich so gedreht wurde von einem Team. Sonst war es immer das Team, was dann wirklich mal 4-5 Punkte vorne war, hat den Satz dann auch gewonnen. Das war das erste Mal, dass ein Team so eine Führung noch verspielt hat. Und in einem ganz entscheidenden Moment, wenn Gießen diesen zweiten Satz gewinnt, 1-1. Anderes Spiel. Ich würde es gerne sehen. Weil dann ist Frieshaven vielleicht auch so ein bisschen raus aus dem Spiel. Haben nicht mehr dieses Selbstvertrauen, was sie sich dann erarbeitet haben. Und danach, bin ich ehrlich, wir saßen hier auch, war es schon klar, dass Frieshaven das dann gewinnt mit 2-0 Führung im Rücken. Und trotzdem, warum gewinnt der VfB diesen zweiten Satz? Weil zwei gut aufschlagen, die wir davor so ein bisschen uns rausgeschaut haben. Weil Michael Superlack, der in dieser Serie eigentlich die ganze Zeit noch nicht seinen Aufschlag gefunden hat, geht an die Linie, schlägt das Ass bei 23-23. Und dann Savon Salmi für Markus Böhme in die Starting Six gerückt. Wahrscheinlich mit seiner besten Saisonleistung. Also das war wirklich heftig. Vor allem wirklich die beiden, die wir kritisiert haben über die gesamte Serie. Also vor allem Superlack. Der ja auch in den Spielen, der hat die Bälle mit dem Unterarm teilweise getroffen. Die waren weit weg. Und Savon Salmi, ich habe es in der Vorbereiterstellung noch so ein bisschen spaßeshalber gesagt, ja, wenn ich irgendwas bei ihm rausstellen müsste, dann wäre es sein Aufschlag. Ey, bitteschön, in Satz 2 abgeliefert. Und was war das bitte für ein Ass? Hinten direkt ins Eck. Kannst du dich besser schlagen. So ein Hybrid halt auch. Kannst du dich besser schlagen. Challenge wurde genommen, da ist wirklich ein Fitzelchenball auf der Linie. Was willst du aus Grizzlies Sicht machen? Trotzdem, die müssen sich an die Nase packen, dass es überhaupt so spannend nochmal geworden ist. Weil wir saßen ja auch, haben es live kommentiert und meinten so bei 16-10, sehen, okay, die Grizzlies werden zurückschlagen und dann werden wir diesen offenen Schlagabtausch bekommen. Und Giesen hat dann einfach Chancen liegen gelassen, den VfB quasi zumindest in diesem Satz dann zur Seite zu packen. Ja, absolut. Ich erinnere mich noch an diesen einen Übertritt von Mitchell. Hier in einer ganz entscheidenden Phase, wo sie eigentlich dann diesen Todesstoß in Satz 2 den Heflern verpassen können. Das nicht machen, weil, glaube ich, auch der, ja stimmt, der Overpass wird nicht reingehauen. Ich glaube, von Bax Böhler war es, weil Tim Peter den irgendwie Magic noch one-handed abwehrt. Ja, und danach hat sich dieser zweite Satz gedreht und dann mit Savon Salmi geendet. Wo du ja auch gesagt hast, die Aufstiege, die sehen doch gar nicht so gefährlich aus. Wie können sie die nicht annehmen? Ey, die waren richtig gefährlich. Pustekuchen, frag mal bei Niklas Breilin nach. Wir schauen einmal auf die Gegenseite, haben vor dem Spiel viel über Jory Manta geredet, der wie gesagt zurück war in Spiel 2 und nicht am Bodensee dabei gewesen aufgrund von Rückenproblemen. Dann Spiel 3 abgeliefert und gestern dann leider seine schwächste Leistung aus Sicht der Grizzlies gebracht. Ja, es hat nicht funktioniert mit Ivanov. Also wenn man auf die Spiele geschaut hat, die Pässe waren irgendwie alle so ein bisschen zu langsam oder zu hoch oder Jory Manta war zu schnell da zum Angriff, aber es hat nicht funktioniert. Gefühlt musste er alle Bälle so ein bisschen auf Tempo schlagen. Und das hat man einfach gemerkt, weil alle Bälle konnten entschärft werden vor allem. Es waren immer so Blockabpraller, die mitten ins Frieshafener Feld gefallen sind. Ja, und in Spiel 3 hat das vielleicht auch noch manchmal gereicht, aber diesmal war Nikola Pekovic auch wieder wach und hatte Bock und hat die halt dann alle eingesammelt. Ja, vor allem den letzten Punkt, den du sagst, der hatte vor allem Bock, man. Das war wieder der Nikola Pekovic, der auch emotional angeschoben hat. Der ist wieder auf Superlag draufgesprungen, auf Savon Salmi draufgesprungen, hat dieser Mannschaft einfach dann auch nochmal emotional Pluspunkte gegeben. Und sportlich war es auch das beste Pekovic-Spiel in dieser Serie, fand ich. Der hat extrem gut abgewertet. Also das war der Pekovic, den sie brauchen. Wir haben es vorher angesprochen. Und der wird auch in Spiel 5 wieder da sein. Das wird er sich nicht nehmen. Der wird nicht nochmal so auftreten wie in Spiel 3. Und dann ist diese Frieshafener Mannschaft auch eine andere mit ihm als emotional leader. So, du brauchst einen, der vielleicht dann auch mal so ein bisschen drüber ist. Ja, gerade bei dieser Mannschaft, die auch mal gerne schnell die Köpfe hängen lässt, die auch mal gerne dann schnell mit sich selbst beschäftigt ist, dann ist Pekovic schon immer nochmal so ein Unterschiedsspieler. Und sie haben sonst keinen klaren Tempeter, versucht das teilweise, aber er ist, finde ich, nicht dieser krasse Leader. Und dann hast du mit Superlag, mit Masso, mit Batak auch viele Spieler auf dem Spielfeld, die gerne mal ihr eigenes Ding machen, die ihre eigene Suppe so genommen löffeln und die dann nicht mehr so richtig zusammenkommen. Und genau dafür ist Pekovic da. Und das sehen wir ganz oft, wie der auch Superlag dann beim Aufschlag noch hinterher sprintet, um ihm nochmal die letzten Worte mitzugeben. Und ich glaube, es war sogar im zweiten Satz, wo er dann das Ass macht. Und plötzlich Superlag zum 23-23. Ja, also von daher ganz, ganz wichtiger Faktor für die Hefler. Also es geht dann am Mittwoch das erste Mal in der Geschichte seit Einführung der Best-of-Five-Regel im Halbfinale, dann auch in ein fünftes Spiel im Finale hat es das schon häufiger gegeben. Fürs Halbfinale ist es die Premiere. Es gibt quasi keinen besseren Rahmen und wir haben uns auch natürlich die perfekte Serie dafür ausgesucht. Der VfB wieder zu Gast in Hildesheim. Jetzt hatten wir einmal das 3-2. Das ist mit Abstand wildeste Spiel in dieser Player-Phase in diesem Jahr. Dann hatten wir das deutliche 3-0, wo der VfB aber wie gesagt zweimal Crunch-Time-Probleme hatte. Was kommt am Mittwoch? Das ist es halt. Man kann es nicht erwarten. Also man weiß nicht, was kommt. Du hast alles jetzt schon in dieser Serie erlebt. Du hattest schon Krimi ohne Ende. Du hattest aber auch schon Klatschen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich da ein Team jetzt 3-0 nach Hause schicken lässt. Dafür sind sie zu eng beieinander. Und die Storyline, die wir die ganze Saison aufgemacht haben, ich finde, sie nimmt ein perfektes Ende. Und dann, wir haben so viel über den Heimvorteil gesprochen, dass der vielleicht das Zünglein an der Waage sein kann, finde ich überragend. Weil dann hat es sich vielleicht für die Grizzlies wirklich gelohnt, Zweiter geworden zu sein. Und zumindest wenn du auf diese Serie aktuell guckst, die Grizzlies waren zu Hause immer ein anderes Team. Absolut. Auch weil der VfB ein anderes Team war. Und da steht und fällt es für mich. Ich glaube, wenn der VfB es schafft, diese Leistung mitzunehmen, dann habe ich weiterhin ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das haben sie bis dato aber leider noch nie geschafft in dieser Serie. Diese Leistung auch in Hildesheim dann abzubrennen. Und du hast dann wieder 7 Stunden Fahrt in den Knochen. Es ist einfach so. Und, Mann, die Volksbank Arena, die wird brennen. Und wenn die pfeifen müssen, dann werden die auch pfeifen. Also die werden da wirklich alles reinlegen. Das Ding wird ausverkauft. Das wird aus allen Nähten brechen. Von daher, das kann schon wieder ein Faktor sein. Auch für Joey Mentor. Der frustriert war auch in diesem vierten Spiel. Zu Recht. Ja, weil der vielleicht aber auch nicht die Fans hatte. Weil der vielleicht nicht die Fans hatte, an denen er sich mal hochziehen konnte und die er mal so mitnimmt. Das wird Mittwoch wieder ganz anders sein. Und dann bin ich so gespannt, wie diese abgezockten Häfler, was sie eigentlich jede Saison sind, dieses etwas unterkühlte, auch mit Marc Labedieu, die ist eiskalte dann in den wichtigen Momenten. Ob sie das dann in so einem Spiel 5 abrufen können. Könnte dann das letzte Spiel für Marc Labedieu als Häfler-Coach werden. Oder er geht eben mal wieder mit diesem VfB ins Finale. Mittwoch 19 Uhr sind wir schlauer live und exklusiv auf Dein. Und wer da auf jeden Fall zuschauen muss, ist Erik Röhrs. Der hat es mit der SVG aus Lüneburg nicht geschafft. Hatte aber dann trotzdem Zeit, sich noch mit uns hinzusetzen. Und ich kann schon mal vorwarnen, es ist hinten raus ein bisschen ausgeufert, weil er eben viel zu erzählen hatte. Viel Spaß jetzt mit Erik Röhrs. Top, Erik. Schön, dass das so kurzfristig geklappt hat. Drei Tage jetzt nach dem verlorenen Spiel 3 am Mittwoch. Wie tief sitzt der Stachel noch, dass die Saison leider ein bisschen früher zu Ende gegangen ist? Ja, für uns ist es natürlich enttäuschend, dass wir in drei rausgegangen sind. Wir hatten uns da eigentlich schon ein bisschen mehr vorgenommen. Gegen Berlin, die es dann aber auch einfach gut gemacht haben. Ich denke, dass wir, ja, wir hätten halt im Halbfinale halt nicht gegen Berlin spielen dürfen. Hatten da in der Saison zwei, drei Chancen, die wir verpasst haben. Und ja, so halt Berlin im Halbfinale. Ich glaube, wir haben trotzdem gezeigt, dass wir wirklich nicht weit weg sind von Berlin. Ich glaube, Stefan hat auch zu uns gesagt, dass er jetzt in den zehn Jahren bei der SVG ja das erste Mal das Gefühl hat, dass wir wirklich, ja, ganz nah dran sind, dass nicht viel fehlt. Ich glaube, wir haben drei gute Spiele gemacht, wo wir, ja, unsere Chancen zwar nicht 100 Prozent genutzt haben. Berlin war, ja, in manchen Sätzen auf jeden Fall schlagbar. Aber ja, ist, wie es ist. Wir machen jetzt noch eine gute Zeit hier in Lüneburg, die letzten Tage. Und ja, ich glaube, dass wir trotzdem mit einem guten Gefühl auch rausgehen können, auch wenn wir jetzt verloren haben. Am Ende spielt ihr sechs Spiele die Saison gegen Berlin, verliert alle sechs und habt trotzdem gefühlt in jedem einzelnen Spiel die Möglichkeit, auch diese BR-Wolleys zu schlagen. Sind es nur Kleinigkeiten? Sind es immer wieder dieselben Kleinigkeiten? Oder was fehlt, um dann einfach auch mal ein Spiel gegen Berlin zu gewinnen? Also ich glaube, wenn wir gegen Berlin gewinnen wollten in der Saison, dann haben wir oder mussten wirklich alle sechs auf dem Feld eine super Leistung bringen. Dann muss jeder an sein Limit kommen. Und das haben wir halt in den Spielen nicht immer geschafft. Wir hatten immer ein paar Leute, die gut funktioniert haben. Ja, es ist halt nicht viel. Berlin macht halt die Kleinigkeiten ein bisschen besser als wir. Also ich glaube, es war ja auch irgendwie Thema. Danke, Ball in der Halbfinalserie. Man merkt halt, dass im Endeffekt brauchen sie ein bisschen weniger, um zu punkten. Also es sieht aus, als ob es leichter ist. Es ist natürlich auch immer ein ganz hoher Druck, den Berlin da auf uns ausübt. Und da müssen wir halt immer 100 Prozent da sein, um mithalten zu können. Und ja, im Endeffekt ist Berlin auch ein bisschen stärker besetzt als wir. Ich glaube, Hannes Tiller hat da auch wieder einen super Job gemacht. Wie schon so häufig. Und ja, das macht es halt für uns extrem schwer. Die Chancen, wir haben schon drüber gesprochen, die Chancen waren da. Aber ja, vielleicht fehlt uns da auch, oder hat uns die Saison auch ein bisschen Erfahrung gefehlt. Ich glaube, wir hatten ein sehr, sehr junges Team. Ich glaube, wir waren im Durchschnitt vielleicht 23,5, 24 Jahre alt. Das kommt dann auch noch mal ein bisschen mit rein. Aber ja, ist schade. Ist schade einfach. Und vielleicht hat dann auch euch in ein, zwei Situationen einfach auch so ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt. Und dann sind wir beim Thema Spiel Nummer 2, worauf sich, glaube ich, viele auch gefreut haben. Und dann kam es für viele auch sehr, sehr überraschend. Jannik und mich hat es auch komplett aus der Bahn geworfen, dass du dann plötzlich mit deiner Ellbogenverletzung raus warst. Wie war da der Ablauf? Wann wusstest du, okay, das wird knapp werden mit Spiel Nummer 2? Und wie ist es überhaupt passiert? Ja, wie es genau passiert ist, weiß ich gar nicht genau. Also ich bin ein, zwei Mal auf den Ellbogen gefallen, hatte eine kleine Stelle. Bin dann, weil Ruben immer seine kurzen Scheißdinger da macht, noch mal aufgefallen. Und ja, also es hat, keine Ahnung, es hat so ein bisschen gesuppt. Aber eigentlich normal. Und dann habe ich Donnerstag, Freitag trainiert. Und Freitagabend auf einmal fängt an, mein Ellbogen ganz heiß zu werden. Und ist dann über Nacht extrem angeschwollen. Da kann ich mich nochmal bei Dr. Schulze bedanken, nee, bei Dr. Becker, Entschuldigung, dass es da so schnell funktioniert hat. Und ich da direkt einen Arzttermin bekommen habe, Antibiotika genommen. Ich hatte halt einen riesen Boiler am Arm, konnte nicht richtig bewegen. Und ja, war einfach extrem bitter, dass ich da zu Hause nicht nochmal dabei sein konnte. Es hat mich sehr geärgert, muss ich sagen, weil es ist immer geil, in Lüneburg zu spielen, in der LKH-Ring. Und ja, im Endeffekt wäre es auch das letzte Halbspiel für mich gewesen. Das hätte ich ganz gerne nochmal mitgenommen. Am Ende muss ich sagen, dass ich froh bin, dass ich jetzt am Mittwoch in Berlin nochmal spielen konnte. War jetzt nicht unbedingt abzusehen wegen der Antibiotika und wegen der Schwellung. Aber wir haben da ganz viel gemacht mit Quarkwickel, hat mich unsere Physiotherapeutin da mit Quark eingerieben. Gekühlt die ganze Zeit, die Antibiotika, Ibo-Kur, alles Mögliche gemacht, dass es da doch noch funktionieren kann. Und am Ende ja, glücklich, dass ich nochmal spielen konnte. Was machen wir jetzt mit dieser Lüneburger Saison? Weil sie war ja über weite Strecken auch in der Bundesliga wirklich eine sehr, sehr gute. Über das Internationale haben wir noch gar nicht geredet. Ihr habt Historisches geschaffen. Es war am Anfang die Champions League-Saison, die wurde dann hinten raus im CEV-Cup, was Legendäres. Wie fällt so ein bisschen das kurze Saison-Fazit von dir aus? Also ich glaube, dass die SVG sehr stolz sein kann auf das, was wir diese Saison gemacht haben. Und auch jeder einzelne Spieler und Trainer und wer auch immer da irgendwie Anteil dran hat. Wenn wir international schauen, glaube ich, haben wir uns auch in der Champions League gut präsentiert. Das erste Mal, dass die SVG in der Champions League war, sind dann mit zwei Siegen gestartet. Danach hat man gemerkt, okay, die Champions League-Teams können doch nochmal eine Schippe mehr drauflegen. Deswegen haben wir dann am Ende relativ viel verloren, was aber okay ist, weil wir hatten da Volleyball auf ganz hohem Niveau über eine lange Zeit. Also das Internationale, was wir da gemacht haben, in den CV-Pokal reingerutscht, das war schon was ganz Besonderes. Georg Grosser in der LKH-Arena zu schlagen, im Golden Set. Ja, sowas hast du nicht allzu häufig in deiner Karriere als Spieler. Aber halt auch für Lüneburg war es das erste Mal. Und ich glaube, ich habe sowas auch noch nie erlebt, wie eine Halle so explodieren kann. Ja, das war geil, auch das Finale gegen Schasov, wo wir dann aber deutlicher unterlegen waren. Sowas gab es in Lüneburg noch nicht und deswegen glaube ich, dass das ganz hoch anzurechnen ist, diese Saison. Bundesliga ist schade, weil wir hatten irgendwann mal ein Team-Meeting und ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, da können jetzt wahrscheinlich Gießen und Vrieshaven sind da jetzt vielleicht anderer Meinung, aber ich hatte gesagt, wenn wir unser Level spielen und auch mit den High-Level-Spielen in der Champions League, dann habe ich das Gefühl, dass wir die zweitbeste Mannschaft dieses Jahr hinter Berlin sein können. Und ja, am Ende, habe ich vorhin schon gesagt, verlieren wir es so ein bisschen in der Saison. Ich glaube, wir können zu Hause gegen Gießen gewinnen, wir haben auch die Chance, zu Hause gegen Berlin zu gewinnen, verlieren auswärts unnötig in Friedrichshafen, wo uns ja vielleicht das Kränchen Glück gefehlt hat, aber natürlich hatten wir auch mit Abstand von allen Mannschaften die höchste Belastung auf die ganze Zeit. Weil wir auch in den Playoffs noch die einzige Mannschaft waren, die auch international noch aktiver. Und das ist dann halt manchmal schwierig. Du spielst alle drei Tage, du kommst aus Budweiss zurück, spielst dann gegen Friedrichshafen. Das hat uns vielleicht manchmal einzelne Sätze oder vielleicht auch mal ein Spiel gekostet, die ganze Belastung. Und ja, ich hätte gerne mal gewusst, was passiert wäre, wenn wir vielleicht gegen Gießen oder gegen Friedrichshafen gespielt hätten im Halbfinale. Das ist so nicht gekommen. Jetzt müssen wir zufrieden sein mit dem dritten Platz gegen Berlin, wo wir uns, denke ich, auch nochmal gut präsentiert haben. Aber ja, irgendwie hat man das Gefühl, in der Bundesliga hätte ein bisschen mehr drin sein können. Ich glaube, das Gefühl haben viele. Und ich glaube, auch viele hätten gerne eine SVG dann möglicherweise in einem Halbfinale gegen Gießen oder dann gegen den VfB gesehen. Aber das ist dann jetzt, wie gesagt, im Nachhinein viel Hätte-Hätte-Fahrradkette. Lass uns noch einmal so ein bisschen über deine persönliche Saison reden, weil du kamst da schon so ein bisschen als Hochgelobter aus Düren da nach Lüneburg. Und trotzdem haben, glaube ich, die wenigsten mit dieser Breakout-Season von dir gerechnet. Selber so ein bisschen überrascht gewesen, wie gut das dann funktioniert hat? Überrascht gewesen ist vielleicht das falsche Wort. Ich weiß ganz genau, wie ich noch mit Stefan telefoniert habe letztes Jahr. Wo es darum ging, zur SVG zu kommen. Und wo es auch Stimmen gab, die gesagt haben, viel verletzt, hat jetzt keine tragende Rolle gespielt in Düren. Und trotzdem wollen wir ihn hier zur SVG holen. Und der soll eine führende Rolle übernehmen. Wo, glaube ich, auch einige Leute mir das nicht zugetraut hätten. Wo ich aber sagen muss, dass ich habe schon immer das Gefühl gehabt, wenn ich fit bin und mich wohlfühle und vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster und ein bisschen mehr Vertrauen auch bekomme, dass ich es kann. Und deswegen war das ja eigentlich perfekt für mich. Stefan hat mir vollstes Vertrauen zugesprochen und auch gezeigt, ich habe eigentlich jedes Spiel, wo es wichtig war, angefangen. Und das ist einfach, ja, das hat mir geholfen, sage ich mal, zu wissen, okay, das Vertrauen ist da. Du musst zwar auch, aber ja, dass es dann über die ganze Saison und auch schon relativ früh ganz gut funktioniert hat, das war vielleicht jetzt so nicht hundertprozentig abzusehen. Ich muss sagen, ich habe im Sommer extrem viel mitgenommen, extrem viel beobachtet von einem Georg, von Ruben, von Moritz Reichert. Also eigentlich kannst du da fast jeden da nennen, wo ich ja vielleicht auch ein bisschen was so Mentalität und Vorbereitung, wo ich da extrem viel lernen konnte, aber auch, wie wichtig es ist, wie man sich auf dem Feld präsentiert. Und ich glaube, das konnte ich ganz gut mit in die Saison nehmen und das war, glaube ich, auch vielleicht ein Schlüssel, warum es dann doch ganz gut lief. Jetzt hast du den letzten Sommer angesprochen. Lass uns einmal vorausblicken auf den Sommer, der jetzt kommt. Olympia 2024 in Paris steht an. Du hast gerade die Namen alle genannt. Hast du trotzdem jetzt auch einen anderen Anspruch an dich selbst für dieses Turnier, dadurch eben, dass du diese überragende Saison gespielt hast? Oder ist es einfach nur Vorfreude und mal gucken, was da kommt? Naja, am Ende des Tages weiß ich ja noch nicht, ob ich da überhaupt dabei bin. Wir waren jetzt mit 14 Spielern in Rio bei der Olympia-Quali. Das wird jetzt bei Olympia auf 12 runtergewirtschaftet. Deswegen fällt da der ein oder andere Platz noch weg. Ich habe vor der Saison gesagt, und das sage ich jetzt auch immer noch, dass ich nur das machen kann, was ich machen kann. Ich habe mir auch gesagt in der Saison, ich will da nicht allzu verkrampft auf Olympia schauen. Ich gebe jeden Tag mein Bestes. Ich habe auch hier hinter mir so eine, auf der anderen Seite hatte. Das ist ja irgendwie so... Der ist spiegelverkehrt. Ich habe mir so eine kleine Olympia-Ecke gemacht, wo ich mich einfach jeden Tag daran erinnern wollte, wofür du es alles machst. Weil es schon nochmal ein anderes Ziel ist als sonst. Ich glaube, dass ich mich in der Saison ganz gut präsentiert habe. Aber das möchte ich halt weiter im Sommer fortsetzen. Dass ich mich auch, wenn dann die Trainingslager und so weiter starten, einfach da anknüpfe, mich von meiner besten Seite zeige und alles dafür gebe, dass ich dabei sein kann. Aber das entscheidet dann der Trainer. Aber ja, ich werde alles dran setzen, um mich zu präsentieren. Und hoffentlich dabei zu sein, weil es einfach der größte Traum eines Sportlers ist, da mal dabei zu sein. Wünsche ich dir alles Gute auf dem Weg. Abschließende Frage, du hast es gerade vorhin schon einmal so ein bisschen durchklingen lassen. Es wäre das letzte Spiel in der LKH-Rena gewesen. Es war jetzt dann auch das letzte Spiel von dir im SVG-Trikot. Die Wege werden sich trennen. Ja, so wird es kommen. Ich kann eigentlich nur Danke sagen an die SVG. Es war ein klasse Jahr. Ich glaube, wir hatten vor allen Dingen sportlich viel zu bieten. Fans waren klasse. Es hat super Spaß gemacht. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Aber ja, es sieht so aus, als ob ich nächste Saison nicht mehr in der Bundesliga spiele. Gut, Erik. Wir werden trotzdem deinen Weg verfolgen und sagen natürlich auch erstmal Danke, dass das geklappt hat. Und dann toi 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 für Paris und mach den schönen Sommer. Danke. Wünsche ich euch auch. Also was für eine Saison von Erik Röhrs. Leider dann auch, wie er gerade erwähnt hat, die letzte im Trikot der SVG aus Lüneburg und auch die letzte in dieser Wolle bei Bundesliga. Es wird ins Ausland gehen. Wohin steht noch nicht fest, aber ich glaube, es ist der einzig logische Schritt. Ja, natürlich. Aber man wird ihn vermissen. Mit allem Drum und Dran, finde ich, mit der Ausstrahlung, die er hat. Mit den Highlights, die er auch gefühlt jeden Spieltag geprügelt hat. Also gefühlt gab es jedes Spiel. Ein Erik Röhrs-Hit so auf drei, vier Meter. Man hat sich fast schon dran gewöhnt. Ja, also das wird mir schon sehr fehlen. Das ist ein Typ, der der Liga fehlen wird. Ich hätte ihn gerne noch in der Saison. Auch vor allem in Lüneburg gesehen. Mit dem Lüneblock, das war ja auch wirklich so. Ja. Schade, aber natürlich. Für die Entwicklung muss er es machen. Und ich kaufe es ihm auch ab. Also seine letzten Worte so von wegen, er hat es super genossen. Gerade, was Stefan Hübner mit ihm dieses Jahr angestellt hat, das kannst du nicht in Worte fassen. Weil, musst du ja auch nochmal aufgreifen. Er hat es dann gerade auch schon im Interview erwähnt, von wegen, es gab einige, die mal ein Fragezeichen hinter diesen Wechsel gepackt haben. Ich nehme uns beide da auch nicht raus. Ich habe Erik Röhrs nicht zugetraut, dass es diese Breakout-Saison so in dem Maße wird. Das haben, glaube ich, einfach auch die wenigsten. Und deswegen, man Hut ab für all das, was da in Lüneburg passiert ist. Ja, frag mal mich. Ich glaube, ich habe jedes Mal gepredigt, ruhig bleiben, Erik. Der muss erstmal noch ein paar Spiele mehr abliefern. Und er hat das Mal für Mal getan. Und der kann auch unfassbar dankbar für diese Zeit in Lüneburg sein, weil er hat sich als Spieler ja so heftig weiterentwickelt. Und das war seine erste Saison als unangefochtener Stammspieler. Er war davor immer mal, ist mal reingekommen, mal nicht, dann Verletzungen. Der wird Lüneburg unendlich dankbar sein, weil das hat ihn auf ein neues Niveau gehoben. So davor, klar, er hatte unfassbar viel Talent, aber so richtig in der Bundesliga angekommen, in Anführungszeichen, war er ja noch nicht. Und das hat er mit der Saison absolut gezeigt, dass er einer der Besten dieser Liga war. Man konnte diskutieren, die Saison, dass er der beste Ausnahngreifer war. Also er hat einen Case für einen, zumindest für einen erweiterten MVP. Ja, absolut. Und das hättest du vor der Saison, glaube ich, nicht gedacht. Niemals. Also man hatte große Erwartungen an ihn, aber dass er die so erfüllen kann, heftig. Und von daher, der wird Lüneburg unendlich dankbar sein, dass die ihn verpflichtet und auch so viel Vertrauen in ihn gesteckt haben. Und wir können dann im Sommer hoffentlich viel Spaß mit ihm haben. Ich finde es trotzdem spannend, wie er an diese ganze Olympia-Thematik rangeht, diese Kaderverkleinerung von 14 auf 12. Und trotz der Saison ist er ja, also er ist ein Wackelkandidat, natürlich ist er das. Und du musst ihn mitnehmen, finde ich, nach der Saison. Ja, du hast halt manche Safe-Spot schon, so mit einem Ruben Schott, der natürlich dabei sein wird. Generell, Reichert wird auch dabei sein. Ja, natürlich. Dann guckst du in Richtung Karliczek. Was machst du da? Nimmst du dann einen Alterfahrene nochmal mit? Kaliberda, Fromm, was auch immer. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und für den Erik Roers ist das ärgerlich, dass dieser Kader verkleinert wird, wo ich auch sage... Warum? Nimm doch einfach 14 mit. Also 12, du kannst doch auch in einem normalen Volleyball-Kar 14 Leute mitnehmen. Warum willst du das zu Olympia jetzt ändern? Also das finde ich schon tough. Ich habe ein bisschen Angst, dass er runterfällt. Aber es wäre super tough nach der Saison. Ich glaube auch, das Ding, Erik Roers, und ich hoffe auch, dass das im Hinterkopf ist, ist, glaube ich, auch jemand, der macht das Klima der Mannschaft besser. Der ist nicht irgendwie stinkig, wenn er sich dann auch mal jetzt einfach für drei, vier Spieler auf die Bank setzt. Sondern, das hat man ja gesehen, so die Connection mit Georg Grosser war ja real und generell. Er hat einen guten Draht zu Ruben, hat einen sehr, sehr guten Draht zu Hannes. Das versteht sich ja alles untereinander. Deswegen, ich glaube schon, dass hier ein Erik Roers, abseits seiner sportlichen Klasse und seiner sportlichen Qualität, die er nachweislich jetzt natürlich dann auch an den Tag gelegen hat, glaube ich schon, dass der dann auch emotional und einfach für den Teamspirit in Paris wichtig werden könnte. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht setzt sich Georg Grosser dann auch nochmal extra für ihn ein und sagt, ey, mein Zimmerkollege, der muss doch mit. Von daher, es ist halt so ein bisschen die Frage, was du halt machst. Sagst du so, ey, klar, das ist ein junges Talent, aber der hat so eine unfassbare Upside. Der kann dir in einem Spiel dann auch mal wirklich, wenn es nicht läuft, kann der dir was Besonderes geben? Oder sagst du, okay, ich gehe mit diesen alten Jungs, die alle schon erlebt haben, die so ein bisschen dann auch, keine Ahnung, so ein Johannes Thille oder so, nochmal so ein bisschen sagen, ey, ruhig und so. Also, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich würde mich sehr freuen, wenn Erik Gross mitkommt. Weil aus meiner Sicht hast du genügend Erfahrung auch in diesem Kader schon. Kamper, Grosser, die die Mannschaft anführen werden. Dann brauchst du da jetzt, sage ich mal, nicht noch einen Alteingesessenen, der nur dafür da ist, um mit den jüngeren Spielern zu sprechen. Sondern ich finde Erik Gross, der eine Upside hat, die dir auch bei den Olympischen Spielen richtig, richtig weiterhelfen kann. Also, spannend wird es zu sehen sein, wer denn am Ende nach Paris fahren darf. Erik hat auf jeden Fall Argumente gesammelt. Und dann werden wir ihn vermissen im nächsten Jahr. Wir werden ihn sehr vermissen. Also, das ist wirklich ein kleiner Heartbreak. Gut, dann Heartbreak jetzt aber beiseite, weil Mittwoch steht Spiel 5 an. Die Grizzlies haben eine historische Chance. Finale gab es noch nie in Hildesheim. Generell die Bilder von Public Viewing, das war unfassbar. Das könnte auch ein Heartbreak werden übrigens. Also, wenn das nicht klappen sollte da in Hildesheim, dann ist da auch einmal Totentanz. Also, da ist schon eine Euphorie da, das merkt man. Da ist aber auch ein bisschen Druck drauf, Mann. Ja, natürlich. Da ist Ultra-Druck drauf und du hattest schon die beiden Extreme. Du hattest einmal, war Druck drauf, diesem Halbfinale im Pokal. Da hast du ganz, ganz schlecht gespielt. Dann zum Beispiel, aber war auch ein bisschen Druck drauf, diesem Spiel gegen Berlin, weil das so als Highlight war. Da hast du absolut abgeliefert. Du hast dann auch wieder ein Spiel 3 abgeliefert. Genau. Also, sie können Drucksituationen, aber sie haben es eben auch schon bewiesen, dass sie sowas dann auch mal vielleicht so ein bisschen kaputt macht. Ja, absolut. Und deswegen, mehr Druck geht nicht, wie Spiel Nummer 5. Aber Druck auch für den VfB, natürlich. Klar, die kommen für viele wahrscheinlich dann schon jetzt immer noch als Außenseiter dahin. Wahrscheinlich schon, aber du willst deinem Trainer, Mark Lebedew, du willst immer noch mal diese Final-Teilnahme schenken. Du willst jetzt auch einfach selber noch mal beweisen. Der VfB spielt immer Finale, immer Finale, immer Finale und jetzt soll diese Mannschaft nicht Finale spielen? Ja, gegen jungen Grizzlies, die auf einmal so wie Phoenix aus der Asche kommen und in der ersten Saison direkt ins Finale reiten wollen. Ich glaube, dass die Frieshafener da noch ein Wörtchen mitzureden haben. Aber Pfiff, gut, wie gesagt, auch für mich selber, aber ich würde es den Grizzlies schon wünschen. Ich würde es ihnen wünschen, bla bla bla. Wie geht es aus? Ich sage 3-2 für die Grizzlies. Gut, dann machen wir 5 Sätze für den VfB. Dann sind wir auch in unserem Duell angekommen. Aber dann haben wir auch wirklich, also Thriller ohne Ende nochmal, schön 3-2. Und dann vielleicht schalte ich dich dann nochmal dazu in Satz 5 für einen Kommentar. Ich werde mir das schön von der Couch ausgeben. Yannick wird live in der Halle in Hildesheim natürlich sein. Und ihr seid hoffentlich live dabei. 19 Uhr, 18.30 Uhr geht die Vorberichterstattung los. Live aus der Volksbank Arena in Hildesheim. Wir suchen den letzten Finalisten, die BR Wallis, schon lange nach dem 13-0 Einzug im Halbfinale. Auf der Couch trinken dann schön Weißwein. Die werden sich das Mittwoch genüsslich. Und dann geht es am 15. April weiter mit Finalspiel Nummer 1. Das war es für heute, das war es für Overlord. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns Mittwoch. Macht's gut und ciao. Vielen Dank.